Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Yoshi's Island. Wir haben Bowser's Castle vor uns. Okay, wir können jetzt auch die Supermarchand. Ich kann nicht abschießen. Ich werde vier. Okay, so you can put the boss music in this comic. Okay, so you can put the boss music in this comic. Hey, hey, hey! I'm coming close, I'm choosing it. I'll see you in the dark. Okay, so you can put the boss on the board for this. Okay, so you can put the boss in the office. Okay, so you should have to go to the hallway. Let's go to the hallway. I'll see you in the hallway, please. Okay, so let's go. Okay, so let's go. Okay, so let's go. I'll be right back. Okay, so let's go. Okay, let's go. So, wir kommen endlich vor die Züge. So, der Bowser. Der letzte Kampf. Ah, erst mal vom Hinnibowser. Okay. Ding. Oh, wieso? Ding. 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 Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann den Geruch anpacken. Ich will nicht die Treffer. Ich kann den Geruch anpacken. Das war der Buff-Fight. Das war der Aufmerksamkeit. Zweite Treffer. Zweite Treffer. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Kampfer-Schmiel. Also Mini Bowser und ein riesiger Bowser. Bowser steht in weite Entfernung. Ich muss mich abschließen. Also vor... schon mit dem Kämmerkass. Aber das ist jetzt erstmal nicht einfach. Ich bin ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt kommen die Kredits Ich halte jetzt meinen Mund, ihr könnt die Kredits genießen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Storch hat die Brüder wieder nach Hause gebracht. Der Storch hat die Brüder wieder nach Hause gebracht. Das Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart auf dieser Reise. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao. Ciao.